Ui, heute sind ja richtig viele Schiffe da. Achso, ja, da ist ja wieder der Fischmarkt in Jomtian. Siri, da ist der Fischmarkt in Jomtian, oder? Ah, und was machen die beiden Rabauken hier wieder? Hallo? Oh, jetzt kriegst du Schläge. Jetzt gibt's Ärger. Voll in den Arsch gebissen, ey. Die beiden Vögel hier. Bis wieder Streit gibt. Ja, ja, das ist kurz davor. Und der beißt immer in den Arsch. Mal gucken mal hier, wie schön das aussieht. Ja, wir machen wieder den Laden auf. Sieht auch schon mal schön auf, auch wenn es regnet gerade. Aber heute ist mein letzter Tag hier. Jetzt geht's nämlich nach Good Old Germany. Habe ich auch Bock drauf. Bin mal gespannt. Also morgen, ja gut, es wird jetzt natürlich ein bisschen weniger Videos werden. Erstmal habe ich auch, glaube ich, nicht genug Internetkapazität drüben, weil ich ja keine Karte mehr habe. Und das ist ja nicht so leicht wie ein Thailander mit irgendwie Unlimited für 10 Euro. Deswegen wird's wahrscheinlich weniger werden. Aber wir versuchen so viel zu posten wie möglich. Also Leute, weiter geht's. Mal sehen, was heute noch so passiert. Wie die fleißigen Bienchen hier machen meine Minions wieder alles sauber. Cool. Madame, ob sie damit wegfliegen kann? Mal sehen. Warum schwitzt du? Du schwitzt nie. Das ist das erste Mal, dass ich dich schwitzen sehe. Nee, du wärst ja menschlich. Ja, da werden auch jetzt unsere Sachen geliefert, ne? Sogar Oma hilft mit. Alle Mann hier, was so alles täglich verbraucht wird. So, was da jetzt drin? Unsere speziellen Kaffeebohnen, ne? Geil. Das ist ja von so einer eigenen Fabrik, ne? Wow, das riecht richtig yummy, yummy. Cool. Mein letztes Süppchen. Das werde ich so richtig genießen mit dieser Aussicht hier an der Rennstrecke. Dann in der Rennstrecke. Sogar hat das auch verlaufen. Vielen Dank.